Schien es lange Zeit, als sollten die Ganners keinen Transfer mehr vor dem Ende des Winter-Transferfensters abschließen können, zeichnet sich nun kurz vor Schluss doch noch ein funktionierendes Geschäft ab. So soll eine Ausleihe von Denis Suárez vom FC Barcelona kurz vor dem Abschluss stehen. Es hat lange gedauert und sah zwischenzeitlich alles andere als gut aus, nun aber scheint der FC Arsenal eines seiner geplanten Leihgeschäfte unter Dach und Fach bringen zu können. Wie Medien inzwischen europaweit schreiben, scheint der Deal zwischen dem FC Barcelona und den Ganners nur noch Formsache zu sein. So soll Barkersch-Mittelfeldspüler Denis Suárez unmittelbar vor einem Transfer auf die Insel stehen, dafür müssten die Londoner als Gebühr 2,5 Millionen Euro locker machen. Dahinter mussten jedoch viele Rahmenbedingungen geklärt werden. So soll es keine Kaufpflicht auf Seiten der Engländer geben, dafür aber soll Suárez seinen Vertrag in der katalanischen Hauptstadt um ein Jahr bis 2021 verlängern. Damit will man vor allem in Barcelona nicht den Fehler wiederholen, den man bei Mounier El Haddad machte. Der Spieler wurde verliehen, kam mit einem Jahr Restlaufzeit zurück, wollte nicht verlängern und wurde letztlich mit einem halben Jahr Restlaufzeit für gerade mal eine Million Euro an den FC Sevilla angegeben. Eben jenen Fehler möchte man bei Suárez nicht erneut machen, weshalb man sich wohl auf eine Verlängerung einigen konnte. Dabei machte der Mittelfelfspüler gerade mal acht Spiele in dieser Saison, wo er insgesamt lediglich 257 Minuten sammelte. Bei Unai Emery hingegen ist er ein absoluter Wunschspieler, gemeinsam gewannen beide beim FC Sevilla den Europa-League-Titel 2015. In London vertraut der Kodisch vor allem Suárez Qualitäten. Wir brauchen Flügelspieler. Und wenn man einen Spieler wie Dennis hat, den ich von meiner Zeit aus Sevilla kenne, weiß ich, er hat genau die Qualität, so Emery im englischen Mira. Das darf der 25-Jährige bei den Gunners in den kommenden Monaten unter Beweis stellen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020